Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video und ich habe in dem heutigen Video meine letzte Runde in Fortnite Chapter 2 mitgebracht. Und zwar meine letzte Runde ist leider kein Win geworden, aber ist eine echt coole Runde geworden. Fangen wir an. Let's go. 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 Okay. 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 Right. Thanks. Thanks. Okay. Okay. Right. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020